hallo schön und willkommen wieder zurück zu einer neuen folge der legend auf seite der majoras mast so wie es aussieht sind wir ja mitten im mond oder auf mond keine ahnung aber auf jeden fall sind wir im mond silber hier sieht es halt sehr idyllisch aus ein bisschen zu idyllisch eins der anhaltspunkt setzt der raum da vorne ganz viel gließt rum hallo ach schönes wetter findest du nicht auch was du hast viele davon bist du bist du auch ein mast verkäufer dann werde ich mit ihr spielen also die masten welche ich will mal gucken sagt dir noch irgendwie jemand was ach schönes wetter findest du nicht auch masten du hast so viele davon bist du so muss ich dem die masten geben ich weiß nicht das ist das egal warte doch mal dankeschön du hast bist ein netter kerl oder etwas nicht verstecken lassen zu empfangen also gut ich verstecke mich also wir sollen jetzt suchen oder was hier brauche ich die geko pflanze mich kenne habe ich das talent bestimmt hier runter zu fallen oder auch nicht oder vorne ist ein herzteil nein ich ganz ruhig du mein da vorne ist ein herzteil ich glaube es nicht das da irritiert mich aber das sollten wir auch hinbekommen ich bin mir nicht sicher ob wir überhaupt bis dort hinkommen oder 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 wir haben es geschafft eigentlich bringt es ja nichts wenn ich die sammler aber hast du jetzt hoch geschwungen guck mal da drüben ist auch noch eine plattform oh mein gott ich habe die anderen zwei noch gar nicht abgesucht sonst ist hier gar nichts außer die ja sonst ist hier groß nix ach so ich hätte auf die goldene landen müssen die goldene die gibt mehr sprung mehr sprung mehr schwung ok 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 hätten wir gleich so machen müssen wo das kind ok ah du hast du hast mich gefunden hey ich brauche mehr masken die verschwinden ja wenn ich dem die gebe ich weiß ja nicht wieviel der braucht keine ahnung dankeschön du bist nett dann darf ich dir eine frage stellen deine freunde was für leute sind das ich frage mich diese leute betrachten als freund jetzt sind wir wieder so weiter hinten nein ich habe die hasen und her gegeben also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe weil jedes kind von dem da macht äh äh irgendwie oder was ja ach schönes retter film ist was ist da eine was noch hallo hey jetzt aber alter ist der gierig gewesen ach wo bin ich denn jetzt ich kann doch mit dem nicht so gut äh äh ich weiß gar nicht wo ich hinschwimmen soll links rechts ich schwimme einfach mal warte ich warte ich ich verstehe du musst den richtigen weg finden ok gehen wir jetzt mal nach rechts äh links wieder rechts keine ahnung wir hätten doch links gehen sollen ich weiß es nicht ich schwimme einfach mal wieder falsch wie es aussieht ja ok ein ganzes leverand jetzt hier jetzt gehen wir mal rechts gehen wir weiter links gehen wir weiter links ach nee ich wollte nochmal links gehen jetzt gehe ich ja quasi den gleichen Abschnitt zurück schwimmen kann ich ja nicht ne zweimal den gleichen Fehler gemacht kann ein bisschen dauern bis ich hier draußen bin bis ich hier draußen bin rechts dann links dann wieder links oh mein und dann rechts dann wieder links da kommt jetzt gar nichts mehr ah es geht gefunden du hast mich gefunden hey ich brauche mehr Masken so ich hab doch zwei äh ne ich hab eine mehr ey sag mal die frissen mir die ganzen Masken weg ich glaube mal bei dem habe ich das Herzteil vergessen bei dem habe ich das Herzteil vergessen bei dem habe ich das Herzteil vergessen naja egal also wenn ich jetzt äh wenn da jetzt nochmal so ein Spiel ist und ich finde ein Herzteil dann habe ich definitiv dann weiß ich dann kriegt man da bei jedem so ein Herzteil das habe ich schon bei dem vergessen das ist natürlich ach schön ich würde da finden so wieviel Masken wollen warum machen Masken ne ich nehme jetzt direkt mal drei Stück ja ja war mir schon okay oh ne der dort wollte nur zwei okay das das ist okay 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 ich brauche hier den Gironen ich muss dir jetzt gerade selber überlegen äh oh nenn ne brauchen wir mehr Anlauf äh oh okay oh 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 Ich drücke jetzt gar nichts, ich lass den jetzt einfach rollen. Oh, da hinten war ein Herzteil, ich hab's gesehen, also hatte ich doch recht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt abbrechen soll oder nicht, keine Ahnung, aber ich hab gesehen, dass da hinten ein Herzteil war. Nein, warum springst denn du da runter, du? Wird jetzt immer wieder am Anfang. War ein Herzteil, ich hab es gesehen. Okay. Oh, das fang hier aus. Oh, das geht's doch gar nicht. Ich lass den jetzt einfach rollen. Der war immer weiter nach rechts. Ja, ich glaub ich muss in die Richtung, aber falle ich da bestimmt wieder runter. Ne, okay, dann kriegt man in jedem Abschnitt ein Herzteil. Bevor ich jetzt hier noch 20 mal runterfalle, sagt, ich hab hier sowieso nicht 100 Prozent. jedes Mal werden wir wieder zurückgesetzt. Ich weiß nicht, ob da was passiert, wenn ich den anfatsche. Ich will mich hier nochmal kurz umgucken, ob jetzt... Ach ne, da läuft der noch. So. Ach, schön. Ach, ja. War das selber? Ich will bestimmt... Das ist mein ganz gesammeltes Inventar von Masken weg. Oh, was wir jetzt? Oh, was wir jetzt? Oh, was wir jetzt? Oh, was wir jetzt? Okay. So, jetzt... Das ist super, dann können wir gerade das neue Schwert ausprobieren. Ja, mit einem Schlag? Oh, das Schwer finde ich aber Knorkel. Äh, gar nicht mehr so. Hier lang oder die andere Tür? Oh nein, nicht der schon wieder. Ja, ja. Ey, was soll ich da machen? Ich spreche doch aus. Barsch mich doch. Also zweimal sind sie klappen, auszuweichen und, äh, ne? Oh, das Schwert ist echt stark, mein lieber Mann. Das ist komplett Ruhe. Oh. So, stimmt. Hallo. Hallo. Will das so schwer zu stark? Oh. 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 dass man so Items erst recht spät bekommen sollte. Finde ich echt schade. Auch ne Kiste. Krabbelmini. Die hatte ich ja schon ewig nicht mehr. Krabbelmini. Ach, guck mal. Der wird zum Platz bringen. Ich weiß es nicht mehr. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber egal, wir haben es auf jeden Fall geöffnet. Sag mal. Ah ja. Okay. Auch irgendwas? Nein. Also man kriegt doch Herzteile. Also zwei Stück habe ich eingesammelt. Zwei Stück fehlen mir. Naja, was soll's. Wenn ich jetzt... Wieso geht die Tür nicht auf? Ich fühle mich, als würde dieses Auge mit seinem Blick mein Herz durchbrechen. Ja, aber... Kannst mir doch... Muss ja der durch die Tür. Irgendwas zum Aufmachen? Soll ich da jetzt wieder mit Krabbelmini ran? Ja, ich bin gerade ein bisschen überrascht. Das haut mich ein bisschen. Ah, und da ist das Kind. Bitteschön. Ja, dass der mehr will, das konnte ich mich... Na, meine letzten Masken. Wenn der jetzt noch mehr will, mehr habe ich nicht. Ne, okay. Hm, darf ich dich eine Frage stellen? Frage an, welcher ein Gesicht trägst du? Frage mich, dass du unter den Masken... Ist das dein wahres Gesicht? Natürlich. So, wir haben jetzt keine Masken mehr. Wir haben jetzt alle Masken abgegeben. Masken los. Alles, was wir gesammelt haben, alles ist weg. Natürlich sind von... Es waren ja insgesamt vier Kinder. Jedes hatte irgendwie dann ein Spiel, wo wir sie fangen müssen. Und zwei Herzteile haben wir nur gekriegt. Die anderen zwei... Naja, egal. So, ich gucke mich jetzt noch einmal hier um. Ich glaube nicht, dass hier noch groß irgendwas ist. Okay. Alle sind jetzt fort, oder? Möchtest du mit mir spielen? Hast nicht zufällig ein paar Masken übrig? Gut, dann machen wir halt etwas anderes. Ah, der wollte auch Masken, oder was? Lassen Sie Räuber und Janta. Genau, das spielen wir. Du hast die Gesicht der grimmigen Gottheit erhalten. Ja, die Maske kenne ich. Sein, dass die dunkle Mächte, die in dieser Maske stummern, noch verheerender sind als der Majora selbst. Bist du bereit? Du bist der böse Räuber und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut. Spielen wir. Ähm. Geht jetzt irgendwas? Nee. Okay. Aber dann würde ich sagen, das hier machen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao. Ciao.